Musik 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 I also want to mention that Saroosh Was in on that solo He substituted for somebody else So I left him out Saroosh Stand up so they know who did it There we go Thank you for volunteering Our next tune is a fiddle tune called Cripple Creek This has a very difficult section in the middle Called a break First you'll hear the tune And then the middle section is a variation on the tune With some very fancy fiddling All fast notes And so some of the kids will play that for you Page 43 What's up? Everyone pay attention Here at the end of the day And all of them No Musik 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 We're going to play one classical song for you now. Wir haben viele Pop-Tunes, das ist nicht übel für den Spring. Wir müssen uns aufpassen. Das ist die Theme von den Operabwinn und Tell. Also known as the Lone Ranger Theme. Warum ist es so viel Diskussion? Wir haben es bereits über das vorhin. Und, um... Jeder hat es? Ja. Oh, dann wird es gut. Dann haben wir es noch. Okay. You can't play? No. I don't have to. Ready? Ready to play? Alright. Okay. I don't have to. All right. I don't have to? All right. I don't have to play. I'm sorry. You can't play the guitar! You can't play the guitar! I can't play it. Das ist toll, dass die zwei Gruppen sind, dass sie jetzt viele Parten spielen. Die Cellos spielen eine andere Parte als die Violas. Die Violins spielen anders. Das ist wie sie es in Professionals, Professionals. Und sie werden das auch in der Programme an Stanley. Also, wir haben das Jahr die Honors-Orchester. Wir haben eine High-School, eine Middle-School und eine Elementary-Honors-Orchester. Studenten auditionen. Und sie selecten Studenten nur von all over dem School-District. Sie gehen zusammen und reheißen. Und sie haben nur sechs Wochen. Und dann haben sie einen großen Konzert an Point Loma-Nazarene. Und wir haben diese Studenten hier. Und wir sind hier auch hier, und wir sind hier aufgenommen. Und wir sind hier, und wir sind hier. Und wir sind hier auch für ihre Arbeit. Oh, es ist schon mal! Nicole also ist, aber sie ist nicht hier heute. They represented Doyle for the whole district. It was an amazing concert. And this tune now you're going to hear just like the ride at Disneyland, at the end there's two battling melodies on top of each other. And this was really hard for them to do. I've never had a class get it this first time. And these guys got it the first time. So it blew me away. Is there something I need to know? One, two, three. One, two, three. One, two, three. Musik We have a couple more for you. This is the theme from the movie Star Wars. We have a couple more for you. 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 Das ist das Lissi. Hier we go. Go on the street. Sorry, Aria-Doccus music. Guys, you got the little paper? Yes. Ready? Go on the street. Go on the street. Musik 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 And now the big finale. We're all going to do the theme from Titanic. And Vamps, I just want you to know you never have to play this song again. The funny guy, he wants his hanky to cry. And 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 he wants his hanky to cry.